So, hier ist nochmal ganz kurz eine kleine Ankündigung zum Thema zukünftige Livestreams. Zukünftige Livestreams, ihr habt vielleicht in der Vergangenheit gemerkt, die Livestreams haben nachgelassen bis hin zu finden nicht mehr statt. Das liegt daran, dass ich sie nicht mehr richtig planen kann, weil in letzter Zeit es bei mir sehr stressig geworden ist und dementsprechend finden zukünftige Livestreams immer spontan statt. Ich habe Twitch so eingestellt, dass es eine Meldung nach YouTube, nach Twitter und allen anderen gibt. Also, wenn das alles klappt, könnt ihr mir bei Twitch, YouTube, Twitter, was auch immer folgen und dort halt sehen, wann ich live gehe. Ich werde es nicht mehr zuverlässig vorher ankündigen können, denn wenn ich nach einem Scheißtag eventuell zu Hause ankomme und mir sage, boah, jetzt habe ich richtig Bock zu streamen und auch eine Stunde Zeit, dann werde ich da richtig mit Bock eine Stunde streamen und Spaß haben. Ich weiß, dass ich dann eventuell weniger Zuschauer habe. Was soll's? Ich werde versuchen, die Sachen, beziehungsweise werde ich es diesmal wirklich machen, die Sachen immer danach auf YouTube zu hauen, dass ihr sie nachträglich noch gucken könnt, wenn ihr wollt. Nur leider ist es halt so, ich kann die Streams nicht mehr wirklich zuverlässig vorher ankündigen und deshalb finden sie spontan statt. Vielleicht ist ja heute schon einer. Wer weiß? Tüdelü!